Jesu Lein für Kinder, betet dieses Gebet neun Tage nacheinander. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, Deine so sehr geliebte Braut. Liebe Sisulein, ich, Dein Kind, komme zu Dir. Ich glaube ja ganz fest an Dich, dass Du mich liebst. Du wirst mich sicher erhören. Du liebst ja uns Kinder sehr. Zuerst will ich Dir danken, dass Du mir einen lieben Schutzengel gegeben hast. Mit ihm bin ich zu Dir gekommen. Bitte, lieber Schutzengel, bleib immer bei mir und beschütze mich. Und Du, mein liebes Sisulein, höre mich an. Ich grüße Dich auf den Knien ganz herzlich. Ich liebe Dich, Sir. Ich bin Dein und Du bist mein. Ich danke Dir für das Leben auf Erden, von wo ich in den so schönen Himmel kommen kann. Oh, Du, mein Jeselein, erhöre gern die Bitte, mein. Bitte, sei so lieb. Erhalte mich gesund an Leib und Seele. Hilf mir, dass ich daheim fromm lebe und in die Kirche gehe. Hilf mir in der Schule, dass ich gut lerne. Hilf mir so zu sein, dass meine lieben Eltern und meine Geschwister und alle sich mit mir immer treuern können. Ich bitte Dich für meine liebe Mutti. Für meinen lieben Vati und meine Geschwister. Gib uns, was wir zum Leben brauchen. Hilf mir, meine Probleme zu lösen. Hilf mir bitte, dass ich so sein werde, wie mich der Vater im Himmel haben will. Hilf mir, liebes Jesulein, dass ich auch Deine liebe himmlische Mutter Maria noch mehr liebe. Sie ist ja auch meine liebe Mutter, die ich so sehr liebe, weil sie immer so lieb ist. Jesus Maria, ich liebe Euch. Rettet Seelen. Will ich oft und gerne beten. Bitte, liebes Jesulein, führe auch die armen Seelen in den wunderbaren Himmel hinein. Dort werden wir einmal alle ganz glücklich und froh sein. Dort oben erwartet uns eine ewige Jugend. Wie herrlich und wie schön, wie wunderbar. Nun danke ich nochmals für alles. Und dich, meine liebe himmlische Mutti, bitte ich jetzt, beschütze mit Jesus mich und alle Menschen auf Erden. Maria, mit dem Kind lieb, uns allen Deinen Segen gib. Amen. Amen. Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Zu uns komme Dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot lief uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übe. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwirken, Deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Abwärmens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Kleiner Rosenkranz zur Verehrung der Heiligen Kindheit Jesu. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, ersetzt zu Recht den Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu Recht an die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem in einem Stall geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem in einem Stall geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, den Hürden und Weisen zur Anbetung gezeigt hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übe. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns die schmerzliche Beschneidung erduldet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterben. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von Herodes zu töten gesucht worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns im Tempel aufgeopfert worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dir und dem heiligen Josef nach Ägypten geflohen ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in Nazareth ein verborgenes Leben geführt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der dir und dem heiligen Josef untertan war. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der als Kind im Tempel gelehrt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der alle Zeit den Willen des himmlischen Vaters erfüllt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb uns allen deinen Segen gib. Amen. 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 Amen.